In diesem Video geht es um die besten LCD-Beamer. Der Qualitätssieger in unserem LCD-Beamer-Test geht an den Aeson EBF H06. Tauchen Sie mit diesem Full-HD-Projektor und seinem beeindruckenden Bild mit einer Diagonale von bis zu 332 Zoll tief in Ihre Lieblingsfilme und Spiele ein. Auch in hellen Räumen erzeugt der Leistungsstärke und dennoch kostengünstige Projektor außergewöhnlich helle und farbechte Bilder. Wir sind überzeugt, dass ein Heimprojektor nicht komplizierter zu nutzen sein sollte als ein Fernsehgerät. Deshalb lässt sich der Projektor schnell und einfach einrichten und das Bild dank Trapezkorrektur im Handumdrehen positionieren. Der EBF H06 verfügt über eine fortschrittliche Lichtquelle, die zusätzlich über einen Energiesparmodus verfügt. Helligkeit allein erzeugt keine lebensechten Farben. Die 3-LCD-Technologie in den Projektoren von Epson liefert eine gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit. So können Sie lebendige und lebensechte Bilder genießen. Bei ein Chip und LED-Projektoren kann der sogenannte Regenbogeneffekt auftreten, ein störendes Flackern bei Bildern mit schnellen Bewegungen. Epson-Projektoren dagegen nutzen die 3-LCD-Technologie, die flüssige Bilder garantiert und einen Regenbogeneffekt ausschließt. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Acer H6541 BDI. Ein 100 Zoll Bild in 1080 Pixeln Full HD wirkt so real, als würden Sie aus dem Fenster blicken. Egal ob aus der Entfernung am Tag oder mittelgroßen Räumen, mit 4000 Lumen Helligkeit erleben Sie immer kristallklare und dynamische Bilder. Machen Sie sich unabhängig von Kabeln mit der kabellosen Projektion Möglichkeiten. Holen Sie das Maximale aus Ihren Bildern heraus durch die professionelle Kalibrierung von einem ISF-qualifizierten Techniker. Durch die 24-7 Unterstützung wird eine kontinuierliche oder andauernde Präsentation möglich. Sie ist ideal geeignet für für öffentliche Vorführungen und Präsentationen. Mit HDMI 3D-Display-Unterstützung fühlen sich Filme an, als würden Sie ins Wohnzimmer springen. Mit der Trapezkorrektur können vertikale Verzerrungen korrigiert werden. Dadurch ist es einfacher, den richtigen Winkel für Ihre Präsentationseinstellungen zu finden. Schützen Sie Ihre Augen vor unnötiger Belastung mit Acer Blue Light Shield Technology. Der Preis-Leistung-Sieger in dem LCD-Beamer-Test ist der Epson ETW 740. Mit diesem Full-HD-Projektor sind Sie mittendrin in Ihren Lieblingsfilmen. Er lässt sich leicht mitnehmen und einrichten, sodass Sie sich zurücklehnen und das Bild mit 3400 Lumen genießen können. Mit seinen zahlreichen Funktionen und einer Lampenlebensdauer, die für 18 Jahre Entertainment reicht, bietet er ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kinoerlebnis im Großformat Mit diesem Full-HD-Projektor mit 1080 Pixeln, der eine Bildgröße von beeindruckenden 386 Zoll darstellen kann, tauchen Sie in Ihre Lieblingsfilme und Spiele ein. Die 3-LCD-Technologie erzeugt dreimal hellere Bilder als Geräte der Mitbewerber. So werden die Bilder lebendig. Mit seinem Kontrastverhältnis von 16000 zu 1 sorgt das Gerät zudem für klar definierte Schatten und tiefe Schwarztöne. Jahrelang sorglose Unterhaltung, Sie suchen nach einer langfristigen, einfachen und preiswerten Lösung zum Ansehen Ihrer Lieblingsfilme. Dieses Modell nutzt eine langlebige Lampe als Lichtquelle, damit Sie bis zu 18 Jahre lang jeden Tag einen Film genießen können. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!